Jetzt heult's hier aber auch nirgends mehr rum. Da sind wieder Blaze. Hey! Quarz! Cool! Quarz! Komme ich jetzt nur da rüber? Und da rauf? Uh, da ist ein Blaze. One-Hit weg! Hoffentlich hat der eine Lohnroute fallen lassen. Nein, natürlich nicht. Guck mal, noch mehr. Ja. 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 Yay! Das erste Mal, wo wir Quarz finden hier. Das Mal jetzt alles mit der Behutsamen abbauen. Und da oben mit der Glück wieder normal draus machen. Weil... Ich habe jetzt nichts anderes dabei. dabei. Und das würde ich schon gerne mit Glück abbauen. Ich kriege gerade einen Anruf. Jetzt nicht. Jetzt nicht. So. Ja. meine Mutter. Ja. 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 Das schnappe ich mir auch. Das schnappe ich mir auch. Das schnappe ich mir auch jetzt. Das Quarz. Jetzt nicht! Mensch! Dass sie das nicht versteht. Jetzt nicht! Ah! Frauen halt! Ja. 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 Man kann nicht mit ihnen, aber auch nicht ohne sie. Die... Wir armen Männer. Wir armen armen Männer. Warum ist hier auf einmal so ruhig? Uh! Donut is in blaze. Fuck! Warum ist denn hier so viel Quarz? Ich nehme den da. Der steht gerade. Der steht auch gerade. Der steht auch gerade. Oh! Fuck! Treffer! Da muss doch einer... Ja! Lohnruhen! Genau! Wunderbar! Uh! Höllenratte! Nicht getroffen! 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 Ich höre es auch schon wieder rumheulen. Dann müsste doch hier irgendwo wieder sich ein Gas drum treiben. Ich seh doch nur wieder nicht. Ich seh doch nur wieder nicht. Wie bist du da rauf gekommen, Junge? Wie bist du da rauf gekommen, Junge? Wie ist denn da rauf gekommen? Ach fuck, schon wieder Gas gespawnt. Äh... Nee, nicht Gas. Wie heißen sie? Right. So. Die können nicht ganz schön Aua machen. Okay. Gehen wir mal hier hin und bauen das große Glowstone-Teil da ab. Oh, ich bin schon oben. Diesmal nicht. Na, verdammt. Na, bauen wir es weiter ab. Hm. Na, bauen wir es weiter ab. Na, bauen wir es weiter ab. Ah, da hilft was rum. Mist. Und jetzt. Schön, alles einsammeln. Ah, da habe ich noch was vergessen. Fuck, nicht getroffen. Treffer! Komisch, fängt das schon wieder an? Das müssen wir nicht unbedingt überleben. Aber das überleben wir. Ich will da rüber. Und das Glowstone hier. Das ist Seelensand, oder? Ich glaube, da haben wir noch nichts. Nehmen wir mal ein wenig was mit. Ich glaube, wir haben noch keinen Seelensand. Genauso wie wir keine Lieferwarzen haben. So, ich stumme mal schnell wieder umstellen. Dass das da hinten wieder weg ist, das stört mich voll. Ich weiß auch nicht, was das soll. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was. Bauen wir mal weiter unser Glowstone ab. Wunderbar. So, laufen wir mal weiter in die Richtung. Vielleicht gibt es hier ja noch was Interessantes. Bis jetzt nix. Müssen wir mal schnell einen Hubs essen. Noch mehr Glowstone hier unten. Na, eigentlich. Ganz gut. Schaut ganz gut aus bis jetzt. Mit Glowstone. Ups. Wow. 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 Wow.